Dann habe ich ihn gefunden. Ich bin ungefähr sieben Meter entfernt. Und hier ist die Tessie. Tessie! Tessie, Platz! Und da ist der Eisvogel. Wenn man sich nicht bewegt und das Gesicht von einem Menschen nicht gesehen wird, bleiben die sitzen. Das sage ich den Leuten ja immer. Kamera vor das Gesicht halten, dann bleiben die auch sitzen. Der muss gerade ein Fischchen gehabt haben. Weil er immer noch so ein bisschen am Bürgen ist. Wenn ich jetzt die Kamera wegnehmen würde von meinem Gesicht. Ihr seht ja, ich kann reden. Solange er mein Gesicht nicht sieht, bleibt er sitzen. Oder ich weiß nicht. Ich habe immer guten Glück mit Tieren. Die haben nicht so viel Angst vor mir. Ich versuche mal das Gesicht näher heranzuholen. Dann gucke ich den mal ins Gesicht. Aber immer so ein Halm ist ein Weg. Deswegen wird das unscharf. Im Schatten war es neun Grad. Und wie immer laube ich mit kurzer Hose und Sandalen rum. Ich friere einfach nicht. Und die Wiese ist nass, wo ich draufstehe. Tessi hört das Jaul auf. Erst der zwei Fischagler, jetzt noch der Eisvogel. Der hat ein bisschen gewackelt, weil ich ihn nämlich anders hinstellen musste. Ich gehe es mal ein bisschen quer, dann kriege ich ihn sauber. Der ist jetzt woanders rüber geflogen. Der sitzt jetzt da oben. Ja, aber da ist eine Scheiß. Keine gute Lage zum Weiterfüllen. Ich mache jetzt Schluss. Dann bin ich...